Hallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Aquarian Skies aka Skiesolated mit dem guten Kinsey. Was geht? Oh, da kann man runterfallen. Join, join, join. We logging in. Lock, lock, lock. Hatte ich nicht hier irgendeinen Durchgang? Ah ja, hier waren wir, genau, hier waren wir. Ach ja. So, eigentlich hatte ich vorgehabt hier Magma-Energie-Dings dazu machen, aber ich mache jetzt doch wieder Steam Dynamo, weil ich alles schon habe. Ja, ja, ja. So, die Hilfe für den Harvestor. Duel, 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 duel. Und ja, der Notoka wollte mir auf den Sack gehen, habe ich gehört. Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, das ist okay für dich. Sonst mache ich es natürlich nicht. Merd! Ich kann ja Geiseln nehmen, wenn du mir auf den Sack gehst. Wo ist das Eisen? Was ist denn hier los? Alles voll mit Krepp an. Also, mit Krepp an, ne? Krepp an. Hm, 28 Eisen haste. Was tust du? Äh, ich springe in Luft, hab mal. Ich mache hier ein bisschen den Zähne-Action. Ähm, ja, ich laufe hier nur sinnlos hin und her, ich weiß gerade nicht, was brauche ich denn alles? Ähm, brauchst du die Energie-Draht, die da dran ist, oder kann ich den Steam Dynamo wegnehmen? Welche Energie? Moment, hier wird gar keine Energie weggeholt. Ach so, von deinem Harvester. Ja. Verklaue mit. Der ist, glaube ich, nur außerdem noch für den Clashiel-Gedöns-Boomster. Also, ein Spruch. Oh. Relativ unwichtig momentan. So. Bauen. Pfeile. Weg damit. So, begrüßen wir erst mal freundlich unsere Mitspieler. Ja, war ja klar. Grüß, grüß auch von mir, also gruß von mir. Ja, genau. Bin ich deine Tipps, oder was? Bist du nicht? Ey, Alter. So, autonomes Activator brauche ich ein paar. Weißt du, was viel besser ist, als dich zu schlagen? Dein scheiß Inventar voll zu müllen. Na, dann mach du. Ah, du Penner. Ach man, du verdürfst da nicht eben Spaß. Oh man. Gleich ne Frage, was kommt denn jetzt? Oh, ich hab kein Futter mehr. Sagst du einfach hier in die Kiste. Komm, weg. Es ist weg. Na rum. Na rum. Na rum. Na rum? Na rum. Ich bin so hungry. Hungry, hungry. Okay, okay, okay. Das hab ich da ja auch schon stehen. Ist dem da mal ein Tindung groß denn, der, den konnte ich nicht einsammeln, keinen Platz gehabt. Wenn ich 4 Autonomes Activator machen will, brauche ich 8 Invar. Außerdem 8 Emeralds und 8 Diamanten. Es ist gut, dass mir das Rezept jetzt so frisch im Gedächtnis ist. Ups, das waren 15. So viel wollte ich da gar nicht. Weil die Schneckball, die hat sich ja ein bisschen damit aufgehalten, das Ding zu craften. Deswegen weiß ich das jetzt ziemlich gut, das Rezept. Danke an dieser Stelle. So kann man auch dazulernen. Ja. Du sag mal, Eimer kann man auch aus Aluminium machen. Du bist ein Eimer! Ja, kann man. Sehr gut. Dann mache ich mal direkt ein bisschen Aluminium. Ich gehe direkt mal schauen, ob unser, ob hier noch Cobblestone drin ist. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Und wir weiter gehen. Okay. Was brauche ich noch? Eisen habe ich? Hol? Oh, Eisen habe ich zu wenig. Verdammt. Dann nehme ich Alu. Gehe noch mit Alu. Irgendwie bekannt vor der Satz. Ich habe zu wenig Eisen. Das habe ich glaube ich die letzten 3 Folgen andauernd gehört. Alu haben wir auch gar nicht mal so viel. Ähm. Ich bin gerade dabei. Ah. Warum? Weil ich Eimer brauche. Eimer kannst du nicht aus Alu machen. Habe ich dich nicht gerade gefragt und du hast gesagt, man kann Eimer aus Alu machen? Keine Ahnung. Habe ich dem zugehört? Hahahaha. Ich versuche es jetzt aber einfach mal. Ich meine nämlich schon. Mach wenigstens alles weg. Ach komm. Ich habe ja knapp 48 auf Lager. Doch, ich habe einen. Guck doch einfach, ob du einen Eimer aus Alu machen kannst. Stimmt. Buket. 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 Ah doch, man kann ein Buket aus Alu machen. Sehr gut. Dann mach weiter. Was ist das? Sag ich. Okay. Dann. Aber ich mache nicht. Ach ne komm ey. Alles an Alu machen. Es ist voll lame. Wie? Wie? Warum Alu? Super. In Folienform. Ja. Wir haben hier noch ein Essen ein. Wir haben hier noch relativ viel Eisen. Zwei Blöcke. Die gieße ich mal noch schnell aus. Na komm schon. Komm schon. Nuss. Komm schon. Put, 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 put. Bäm. Das hat das wohl gemacht. Was haben wir denn sonst noch hier drin? Nur Kacke. Das mein Quell. Na, 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 na. Danke. So, wie, wie lang dauert es noch mit dem Alu? Ach. Geht. Läuft. Was war das für ein Geräusch? Die den Hammer ersetzt. Heißt du mit nur einem Inventar? An, man, 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 man. Wie heißt die Maschine, die den Hammer ersetzt? Ich vermute mal die. Das ist der Pulverizer, oder? Das ist definitiv der Pulverizer. Ja, da brauche ich vier Chests. Was brauche ich denn dann noch? Servus brauche ich. Dafür brauche ich Klaas. Klaas habe ich auch nicht mehr viele. Ah, ja. Ist ja nicht so, als hätte ich hier das erst unter die letzte oder vorletzte Folge drunter geschrieben. Jetzt wirst du aber gehässig. Noch ganz viel Gold bei mir, merke ich gerade. Oh, Sand. Oh, wir haben noch Sand. Oh, wir haben noch mal Sand. Obwohl, du hast doch bestimmt auch ganz viel Klaas, oder? Was? Nee? Ne? Ne, das ist ein hartes Glas. Wir, pff. Nee, eigentlich. Ich hab gedacht. Guck mal in meiner Dreckkiste. Nee? Ich guck mal unten in der Glaskiste. Ach, du bist unten, oder was? Nee, bist du nicht. Ne, ich bin beim Furnace. Ich brauche gerade ein bisschen Klaas. Wie viel brauche ich denn überhaupt? Ich brauche vier Steam, deine Mose, also brauche ich acht Klaas. Okay. Und ich hab acht Klaas. So, jetzt ist der bestimmt fertig. Und Redstone auch. Zack. Das brauche ich noch für den Steam. Steam Dynamo. Klaas, Redstone, nein. Auch immer noch nicht für dich. Gibt es ja wohl nicht. Servo. Mann, was braucht die Schmelze heute lang? Silber. Eine Fresse. Was ist eigentlich mit der Stahlschmelze? Die funktioniert jetzt soweit, oder das? Ja, wenn wir Stahl brauchen, ja. Aber die muss halt erstmal vorgeheizt werden. Und das dauert halt ein bisschen. Was mache ich denn da überhaupt? Ist das ganz falsch? Bin ich doof? Ne, drei, vier. Zack. Sag nichts, Kenzie. Ne, 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 alles gut. Ich hörte doch eh in die zu. Ach ja, da war das Kobalt drin. Entschuldigung. Bist du schon fertig mit Alu-Herstellung? Ich bräuchte ein bisschen was. Ja. Ja, wie viel denn? Ähm. Ach. Da muss ich noch einen Block gießen. Nanananana. Ich komme angeflieft. Und? Alu da? Jetzt macht er schon wieder die unfertigen Sachen da rein. Ähm. Ähm. Ja, ja, Entschuldigung. Ähm. Ja, Alu fertig, warte. Wo ist denn der eigene Alu-Block? Hier, ein ganzer Block für dich. Bitteschön. Ich hab mir schon einen Mal geholt. Ich hab mir schon einen Mal geholt. Ähm. Oh, man. Too slow, Kinsey. Too slow. Bitteschön. Ja, 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 ja. We got them hoes. We got them hoes. So, vier Servus. Ähm. Ich brauche mir sogar noch mehr. Du musst ja das Feld noch neu bestellen, wo du gerade von hoe redest. Okay. Quatsch. Boah. Was ist hier denn rum? Pistons brauche ich Alu. Ich brauche noch mehr Alu. Und zwar... Du kannst gerade mal raten, wie viele Alu sind. Ender Lilies auf Mage gewechselt sind. Oh, sehr schön. Ähm. Fünf. Übertreibst du? Es sind drei. Verdammt. Ähm. Wie sieht's eigentlich? Eins hier. Da brauche ich noch vier. Ich brauche noch vier Alu. Hast du noch was? Hast du noch was? Hast du noch was? Hol dir was aus der Schmelze. Ähm. Hol dir was aus der Schmelze. Ich bringe ja immer alles direkt an den Manus. Und du? Das schmelzt. Pimmel. Das war nicht das Problem. Es ist sogar näher dran als ich. War es zumindest eben. Ähm. Ähm. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Genau das wollte ich auch gerade sagen. Ähm. Denk dran, bevor du neues Zeug schmilzt, egal was, hol das Alu raus, sonst verbindet sich das wieder. Hm? Ja. Okay. Ja. Dann haben wir ganz viel Elektrum. Nein, Elektrum macht man aus Gold und Silber. Ja, was weiß ich. Ähm. Soidolikum. Genau. Ja. Richtig. Das macht man aus Aluminium. Soidolikum. Ähm. Caboose. Ich hab, ich hab doch jetzt, ich kann doch jetzt, ich kann jetzt, ähm, ja. Cobblestone-Frau. Sind sie. Haben wir denn noch Cobblestone? Ah. Ich hab grad, glaub ich, den letzten Stack geholt. Ah, Mist. Das dauert immer so lange, bis man das fertig hat, ey. Oh. Oh. Oh, Mann. Schneckball oder Brainy, die Folge sehen, denken wir wahrscheinlich auch, oh, ihr Wichser. Maybe. So, eins, zwei, drei, vier. Ähm. Hallo. 1, 2, 3, 4. Kommt das hin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Und dann machen wir noch die vier dazu. Bam. Okay. Autonomous Activator. Habe ich jetzt alles. Vier Stück. Bam. So. Ausgezeichnet. Wunderbar. Dann, äh, bauen wir doch mal hier jetzt. Ich bin begeistert. Guck mal, ob ich den jetzt so hierhin gepflanzt kriegt. Äh, das ist falsch rum. Ah. Naja, du sag mal, brauchst du noch Glas? Nö, aber es ist im Dings noch was drin. Im... 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 Und dann mal seh ich das r... Ach so. Wir brauchen noch ein Sieb. Boah, wie geht denn nochmal ein Sieb? Ich hab ja ewig kein Sieb mehr hergestellt. Sieiii... Da. Silk Mesh. Okay, da brauch ich also 18 Strings. Ich zieh jetzt 18 Strings an. Das könnte ein bisschen eng werden. Ach Quatsch. Was machen wir eigentlich mit den vier Stacks Dreck, der da in der Kiste ist? Ach, was du willst mit dem Dreck? Geil! Aber keine unanständigen Sachen. Oh Mann! Das war doch wieder klar. Bitte? Mensch! Ach nichts. So, dann kriege ich da auch eine unendliche Quelle, oder? Da muss ich noch Kabel zersägen. Kabel, Kabel sägen! Oh ne, ich hab noch Kobblestore-Karten. Funktioniert. Alles klar. Reichen zwei. Ja. Nomnomnomnomnomnomnomnomnomnom. Nomnomnomnomnom. Nomnomnom. Ach doch, ich hab hier Holz, alles klar. Sehr schön. Hallo Creepy. Schöner. Keine Ahnung, warum hier einfach so ein Creeper ist, aber jetzt ist er weg, tschüss. Ähm, hast du gerade einen Eimer? Ähm, hab ich dir eben einen hingeworfen. Einen Eimer? Müsstest du im Inventar haben, ja. Einen Eimer? Hab ich mir aus Spaß so erlaubt. Ach, ich hab sowieso noch drei Stück. Hehehehe. Hehehehe. Jetzt hast du ja vier theoretisch, müsste er haben. Ne, ich hab jetzt drei. So. Hehehehe. Ist Blau rein oder raus? Äh, Klaube raus. Oder? Ja. Da kommt drauf an, was er meint. Weil bei... Verdammt. Was soll ich jetzt weg? Bei, 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 bei Pipes ist Blau ja rein. Ähm, an der Maschine raus. Oder? Wo haben wir denn eine Maschine? Da. Da sind Maschinen. Ähm. Ne, Blau ist rein. Ne, Blau ist rein. Blau ist rein. Ja. Und ja, ich führe selbst Gespräche. Ähm. Habe ich noch Kohle hier? Kohle, 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 Kohle. So, du kommst da hin. Wir sind noch 15 Euro. Du kommst da hin. Jo. Hier ist die Energieversorgung. Ähm. Bladida. Wo ist der Wassereimer? Da ist der Wassereimer. Ähm. Zack. Na. Zack. So. Das sieht doch ausgezeichnet aus. Leute. Wunderbar. Wunderbar. Da könnte ich eigentlich ein bisschen mit Glas noch verkleiden. Hm. Das mache ich auch. Oh ja. Oh so geil. Jetzt wird der Nutoka ETP tätig. Oh ja. Oh mein Gott. Der braucht noch Strom. Kann man Glas eigentlich auch zersägen? Das werde ich jetzt herausfinden. Bin schon wieder ganz hungrig. Hungriger Hungo. Wir können übrigens auch, ähm. Wir haben den Close Zone, äh. Können wir dann auch klein schnell bilden. Kommt richtig gut anwenden. Habe ich doch schon gemacht. Echt? Ja. In dem Brunnen beim Ausgang. Ach ja. Da war ja was. Was ist denn die Säge? Oh ich such schon wieder die Säge. Alter. Ist die Säge da nicht drin? Ja. Ja. Jetzt lachen sich wahrscheinlich die Zuschauer schon wieder so freckt, weil ich Blindfuchs diese verrurte Säge nicht finde. Und sie ist genau vor deinen Augen. Ich glaube, die ist echt nicht hier drin. Habe ich die vielleicht in meinem Combecker-Folding? Nein. Hast du die Säge rausgeholt? Nein, ich habe keine Säge. Das hat gerade schon lang gedauert, bis du das gemerkt hast. Gelb und Orange. Ah, du kleiner Penner. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich Glas schneiden kann. Ja, cool. Ich kann Glas-Slaps machen. Das ist ja nice. Ach, komm ey, den Scheiß brauche ich auch nicht mehr. Den kann ich ja jetzt für andere Dinge verwenden. Sehr schön. Ah, was mache ich denn da? Okay, du bist kaputt. Was? Nein, nein, alles gut. Zack. Gut, wo ist das Ding? Nam 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 nam. Zack. Das sieht doch cool aus. So. Dann kommen hier jetzt noch autonomes Activator hin. Bam. Nein. Du sollst dir nicht da Items holen. Das macht keinen Sinn. Danke. Nein. 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 Ah, so ist es richtig schon. Zack. Zack. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. So. Rechtsklick. Not sneaking. Abkürzung. Abkürzung. Disabled. Oh, oh, oh. nicht vergessen, ich muss ja noch eine Leitung machen so. Kinci, steht auf der Leitung. und zwar von da ab genau ja mein inventar ist so unaufgeräumt ach frag mich mal kennen sie ist dein inventar unaufgeräumt ja sie jetzt auch jetzt haben wir was gemeinsam ach das ist schon wieder voll deswegen geht da nichts rein erkennt sie ist schon wieder voll deswegen geht da nichts rein ja genau so ist es genau jeden heißt es spielen gut wie war das so nein so ja nein so das war meine steht auch noch falsch so und dann muss ich da oben machen steht technik ist da einer mit rein damit so nicht anders ist er jetzt auch so daran der hat schon mal saft ich habe jetzt länger haben sehr schön das gefällt mir so wunderbar jetzt brauche ich was brauche ich denn dafür brauche ich quasi in den knies extruder und noch ein pulverizer hier direkt nebeneinander ich brauche auch seit längs oder ich mache einfach ich knies extruder auskauf ich dafür dann noch mal habe ich so lange nicht mehr hergestellt ich weiß nicht mehr wie man es schreibt extruder wo ist er ich habe doch nicht geschrieben machine frame macht am besten aus alu und gold habe ich sogar noch gold in die mitte und alu alu dann brauche ich noch ein servo da brauche ich auch alu, redstone, glas zwei alu und glas habe ich wieder geht das craften los du die du die den machst du da auch und da auch sehr schön oh wir sind bei 22 minuten 53 haben noch 50 kunden danke fürs reinhauen macht es gut danke fürs reinhauen